Eeeeh Eeeeh Aaaaaaah Aaaaaah Wie geil das jetzt aussah Alte Revio muss nicht aussehen Entschuldigung 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 Hat man nicht eigentlich? Ja Das ist guuuuuut Achtung Fußgängerweg Das Ding lässt sich schwer steuern Band-Operation beziehen Sollen wir eine Band-Operation beziehen? Da wäre eine Oh lololol Oh das ist was von Sale Ok dann drehen wir Dann sammeln du bis dahinten Ich bin hier Hier ist auch eine Band-Operation Achso komm dann fahre ich kurz zu dir Mit Putz während lässt mich in die Straße Das verriss grad MPU Hi b****s Oh Niaiauu Hallo Ah lolololala Hatt' sich einfach Hatt' sich einfach Hatt' da ist noch einer Den will ich machen den will ich machen auch noch mal mehr Band und das macht bringen ein paar wieder aufs ich sehe voll gar nicht aus mit der Hose oder ja wir sehen schon das war es deine was für meine? hat tatsächlich Bandenfahrzeuge oh la 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 egal wie es nicht raus geht komm samuel wir machen die beiden operationen die du da entdeckt hattest hol mich mal ab am besten ich bin auch ohne auto so na los leite kommt kommt ein auto ich kebeck jetzt den so jetzt kommts samuel steig ein ja er läuft ganz gechillt rum Drive ich bin 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 die mp granaten bringen die blau schwarz also ist deine band weiter nach weiter geradeaus weiter geradeaus geradeaus ja ich nach links jetzt bei der nächsten abliegung jetzt dann meine ich auch jetzt hey da und ich reinrennen mit beiden banden flash grenade flash grenade nichts geht über kugeln da kommst du? ja gleich wollen wir uns nur noch ein Auto jetzt sind Quads was Quads? ich komm zu dir sammeln auf jeden Fall ich bin gleich tot gerade ist nach 1000 ja ich muss aber erstmal hier weg, weil ich geh gleich drauf oh wie geil wo ist unser Haus denn? ähhhh dafür müsst ihr auf die Karte kommen mach das geht ein Reifen oh da kommt keiner ich hab ein Ziel gesetzt ich hab ein Ziel gesetzt das sieht voll lustig aus wir fehlen mir her ich hab nur noch einen Reifen mir fehlt einer glaube ich vorne mir fehlt vorne rechts vorne links hinten links ich such mal immerhin nach nach dem Seilen Auto sogar das so rum sehr geil ich fahr dir einfach mal hinterher ja jetzt kommt so einfach gerade aus die Brücke müsste dir bekannt vorkommen ja alter was fehlt der jetzt von mir? ich hab doch gar nichts gemacht ich bin nur vorbeigefangen davon ist es wieder aus falsch gefangen ich muss kurz von einer Seite rein ich hab's da so also ich kann ihn nicht safen ich hab's da ich muss doch mal kurz rein ich hab den gesaved ich hab's da ein bisschen voll geil tun ja ich geh mal wieder zu Garage dann hol mir ein Auto und geh dann mal auf der Suche nach einer richtig geilen Auto was man gut führen kann ich würde sagen beenden jetzt die Aufnahmen oder? oder? und dann hier warten wir mal sagen wo ich komme hol mich dann hinterm Haus ab ok? ja sag mal wenn du aus der Garage raus bist fuck 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 das sind noch solche die Typen egal die stehen da rum wow alle von unserem Haus sieht man richtig geil dieses Stackboot Samuel ja hast du mich gehört? haus Deckboot ja das ist Stackboot das sieht man von unserem Haus richtig geil ich stehe nämlich hinter unserem Haus warte ich komme kurz hinter uns zu haus komm einfach mal zu meiner Posi ja ich bin aber oben drauf na toll ist ich nicht sag mal ein bisschen so oben ist praktisch ah dar Unten bist Du saumel bisschen Hau guckimm mach runter guckst stell ok Bo kam wie gar nicht steckt im Boden drin mit Premium wo ist jetzt mein... da ist meine Hände komm rein, komm rein! Ja dann renn doch nicht weg, fahr doch nicht weg kannst du geschützt sein oder so? ne ich kann auch nicht schießen Wannen OP entdeckt Wann ich fahr zurück, wir müssen hier noch Wannen in Operationen los, fahr doch mal rein ich häng an nem Schild fest, an nem Mini Schild ok, das ist ein nerftes Samuel, fahr mal das Ding weg, oder? Oh ne, ich kann das Ding ja wegfahren lass mich den wegmachen lass mich den wegmachen oh, ich bin da nebengefahren komm drauf wo ist der Heli? wo ist der Heli? komm her hin komm komm, wir fahren noch mal rum in den Wannen in Operationen weg einsammeln, na los! ok warte doch! ja, ich müsste nur da wegfahren und ich besser mal sehen kann bin drin ist mein Auto egal erst mal das Dixi-Clo mitnehmen noch ein Dixi-Clo ich kann nichts machen mach mal es nicht dann da steht Polizei ist ja geil bist du schon fast Level 20? äh, ja ah, das noch eine Band, ok nein, ist nicht ja hahaha wie ist dein Auto grad alter was mach der scheiß Ding wieder aus nein wow wie geil der eine Zivilistin gerade mitgenommen hat ich bin gleich dead alles läuft alles läuft alles läuft alles läuft alles läuft so keiner oh ich habe was durchgekranaten ist ja geil da läuft doch nicht immer du bist doch du bist doch du bist ja kritscht ich bin gleich dead ich bin gleich dead los steck ins Auto ja ich bin gerade hängen geblieben ich weiß das ding lenk sich nicht gerade gut ja ich weiß gut empfiehlt ja auch von der rechten reifen und von links glaube ich auch nein von der links oder hinten nein 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 ich kann aber nicht schießen ich kann alter wort der fad ich bin ja schon weg Fakt mich hat erwischt wir sind in der Säule ja genau denn dann scheiß Autonomie was ich komme ich komme jetzt auch das ist das Verpackte Auto einsteigen ja 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 steig ein ja ja das Auto überlebt nicht mehr lange ich war einfach mal weg so gut wie es geht Alter wo kommt dein Kind eine Ahnung ja ja du scheiß Auto oh verdammter war einer wo ah ah hier sind wir wieder egal ich war einfach nachher hier wieder hoch oh ne da geht es ja nicht hoch oh fuck das und fetter war nach Hause ja ich muss kurz warte beschützt uns kurz ich leite uns ok dann leite ich uns eben nicht wir fahren wenigstens in die richtige Richtung um aufzuschießen die Polizei und so ne äh wir werden uns haben unser kleinstes Problem fuck it wo bist du was weißt du doch nicht na gut eigentlich man eigentlich nicht raus aus diesem scheiß ich mich hat rausgehauen aus dem Auto ich komme zurück ja ich zeig noch nicht so gechillt ein du Mongo ja genau ich laufe erstmal gegen das Auto komm wir mit dein Auto komm wir mit dein Auto ok gut aus dem eigenes wenn fahre ich jetzt weiter das verschieben mir jetzt einfach raus alter jetzt habe ich mich verbrannt ja wir sind gleich da ja ich weiß ich weiß oh da steht so ein geiles Auto von diesen Typen da das will ich mitnehmen stack kann ich sagen wuuu erstmal mega fliegen Junge wuuu ich kann sogar schießen oh Junge sollte man schießen oh Junge sollte man schießen bei uns sind ganz viel viele Gegner ich habe es eingeparkt wahrscheinlich dann kann ich jetzt aufreien also ok gut ich würde sagen so langsam bänden wir die Aufnahme Samuel ja ich müsste mal aufs Klo was essen ja so einmal zum Abschluss ha 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 oh fast den Flug erwischt oder Wobbläck gekoppelt schritt auch drop Abt bringt er hat und ich bin gleich tot und ich habe noch die ganze Köln okay aber doch aber das war es gelangt von dir okay ich würde sagen Warte noch! Wir wenden das hier! Ich komme, ich komme! Komm ruhig! Ich weiß nur nicht genau, wie ich das jetzt mache. Das eine war gerade Zufall. Oh! Nein, du, du Mann! Wie das nicht? Oh! Skilllike! Ich stehe auf dem anderen Dach! Perfekt, Junge! REN! REN! Geh nicht drauf! Ah, ja! Hahaha! So! Na los, nochmal! Komm! Bist du oben oder unten? Ah, du bist oben! Oh fuck! Ich habe mich gerade selber... Nein! Fall nicht runter! Das war knapp! Ich habe mich gerade geflatet! LOL! Oh, ich stecke Brot fest! Dann belebe ich mal Sammel wieder! Und dann... Ich habe mich gerade geflatet! Oh! 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 Samuel... So! Du wolltest mich abschießen! Ich weiß! Ja, eben deswegen habe ich dich abgeschossen! du hast nicht abgeschossen sicher dass wir da oben drauf dann habe ich ja man so klappt sich mehr so toll zusammen ich lasse mich noch kurz auszahlen ja ich glaube ich lass das muss was es überlebt ja ich hab mal kurz die granate zu dir runter noch eine ich hab keinen mehr dann bist du wieder oben ich bin immer noch da unten ist klar nice try sonst hat's dich geflasht ja sicher ich würde sagen jetzt beenden wir das hier wahrscheinlich übermorgen wenn die nächste folge kommt warte ist es jetzt kommt die gleiche übermorgen aus nein vollkommen übermorgen aber wenn wir jetzt beenden kommt übermorgen die nächste folge ach so ist doch klar nein 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 ja Samuel dance dance du mal dance 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 nein 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 komm komm Ich lieg auf dem verkackten Auto. Ja und es explodiert gleich. Das war's hurt. Nein! Okay, also. Ciao. Kannst mit Maus. Okay, noch nicht. Ciao. Ich bin grad auf so einem Stagmotorrad. So ein Flugtorrad. Wuuu. Shit. Ich bin auf so... What? Shit. Oh fuck. Oh. Oh fuck. What? Ich bin gegen eine Wand. Eh lol. Halt F. Ah. 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 Guck mal. Ich kann eigentlich nicht schießen, sondern nicht auf dich während du guckst. Nice scheiß. Oh, ich hab ja komm was abgezwungen. Oh the fuck. No, hochziehen, hochziehen. Wuh. Wuh. Alter. Hallo liebe Freunde. Leider lief an dieser Stelle ein Lied im Radio, welches die Gamer sperren wollte. Deswegen musste ich leider den normalen Sound für eine kurze Zeit durch ein etwas authentischeres Geräusch ersetzen. Auf ihr stellt euch nicht dran. Tschaui. 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 Musik Arrrrrr dyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ich hab auf dich geschlossen Mit so nem Flugmotorrad darauf gefischt Dom Eich die jetzt aufsitzen das ist so ein flugmotorrad ist ja lustig wie steuere ich das genauso wie den flieger voll creepy das dinge dann muss man sich erstmal voll zurück finden ja genau ich muss nicht wenden oder was ich habe kein hinterreifen mehr gern geschehen ich gehe aus wenn fliegen ich kann nicht aussteigen ich kann nicht aussteigen können ok jetzt aber tschau haben auch den Moos warte tschau 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 ich habe nur was besammelt antwortet bis morgen bye vielen Dank für die ganze Zeit